Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind 16 Menschen getötet worden, darunter fünf Frauen und vier Kinder, wie palästinensische Beamte berichten. Ein besonders verheerender Angriff zerstörte ein Haus im Flüchtlingslager Nusayrat im zentralen Gaza und tötete mindestens zehn Menschen, darunter vier Frauen und zwei Kinder. Krankenhausdaten zufolge gehörten zu den Opfern eine Mutter und ihr Kind sowie fünf ihrer Geschwister, wie Radio Free Europe berichtete. Die israelische Armee erklärte, die Angriffe hätten militante Ziele getroffen und warf erneut der Hamas sowie anderen bewaffneten Gruppen vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Laut dem Gesundheitsministerium in Gaza sind seit Beginn des bewaffneten Konflikts am 7. Oktober, der von der Hamas ausgelöst wurde, mehr als 41.000 Palästinenser getötet worden. Der Krieg hat massive Zerstörungen verursacht und zur Vertreibung von über 90 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner Gazas geführt.